Besuchen Sie auch gerne fremde Kulturen? Essen Sie auch gerne exotische Menüs oder Fleisch aus dem Coop? Und haben Sie es langsam auch satt, ständig Angst zu haben, dass das Essen nicht hygienisch genug ist? Angst vor stundenlangen und schmerzvollen Toilettenbesuchen? Die Lösung, um angstfrei im Ausland schlemmen zu können, heisst Schweinewasser. In unserer Gesellschaft, wo Hygiene über allem steht, haben Bakterien, Mikroben und andere Erreger keinen Platz. Unter den Folgen des Hygienewahns leiden vor allem Kinder und Jugendliche. Statistiken zeigen, dass bis zu 98% der Kinder allergisch gegen irgendetwas sind. Sätze wie, hey, ich bin voll allergisch auf diesen Typen an, hört man leider immer wie häufiger. Um das Immunsystem zu stärken, haben wir darum am Bodo-Rödelstab-Institut Schweinewasser entwickelt. Schweinewasser gibt es in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Mango, Cassis und Schwein. Bei der Herstellung wird genauestens darauf geachtet, dass ein gewisser Unhygienefaktor nicht unterschritten wird. Bei uns im Bodo-Rödelstab-Institut ist ein Ehrenkodex, dass wir nach dem Toilettenbesuch die Hände nicht waschen. Wollen Sie auch ein bisschen? Wir empfehlen, vor jeder Reise ins Ausland mindestens einen Monat vorher, mit der Schweinewassertherapie anzufangen. Und jeden Tag eine Flasche Schweinewasser zu trinken. Die erste Woche nach dem Konsum der ersten Schweinewasserflasche liegt man garantiert mit einer Magen-Darm-Verstimmung im Bett. Egal ob Bangkok, Mexiko, Indien oder im Welschland. Nach regelmäßigem Schweinewasserkonsum ist der Körper abgehärtet. Das Schweizerische Hygieneamt hat aber keine Freude daran. Die Entwicklung ist gar nicht gut. Gar nicht. Nein, 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 nein. Es muss alles ein sauberes Plätzchen haben. Alles. Das Fleischmesser zum Fleischbrät neben dem Fleischschrank. Das Gemüsemesser zum Gemüsebrät neben dem Gemüse-Schrank. Alles ganz sauber. Ganz sauber. Schweinewasser ist aber nicht nur für Reisende eine gute Sache. Statistiken zeigen, dass man mit dem regelmässigen Konsum von Schweinewasser die Lebenserwartung um zwei Jahre zurückbinden kann. Damit ist Schweinewasser auch ein wirkliches Mittel gegen die drohende Überaltrung. Und die AHV könnte Millionen sparen. Genießen Sie angstfreie Ferien im Ausland und Kinder ohne Allergien. Genießen Sie das einzig und wahre Schweinewasser. Genießen Sie das auf den'llrücken. whipped in die flache in die flache in die flache in der flache. Back in die flache in die flache. Dort Diener ist ja nicht nur für Reisender nicht.